und willkommen mein name ist dann die broche und ich bin zurück zur roche schaut euch mal an wie viele amerikanischen flanken hier schon sind ja wir haben am letzten mal level 6 und noch ein spezieller einsatz 2 2 geheime einsätze und stopp level 6 ja dann machen wir es weiter mit der schwierigkeit kastanie sind kastanien rötlich dann verstehe ich das rating system hier nicht irgendwie ich auch irgendwie nicht wenn dieses land etwas hast dann die freiheit glaube ich zeigt ihnen warum sie sich erben sie können sie nehmen sie können uns unsere kinder nehmen aber niemals nehmen sie unsere freiheit wenn ich auch ein charakter dafür ist auch ein charakter wenn man nicht sicher und habe ich aber jetzt verloren bei mir hast du noch beide auch mal da wir haben uns gegenseitig ein high five gegeben warte mal immer ich weiß nicht wie es gemacht haben auch mal nahkampagne ist gedrückt ich habe schon gefragt weil das ist ich habe schon gesehen hat irgendwie so ein handzeichen ist aber ja wir können uns gegenseitig ein high five geben ja und die zeit verlangen haben oh gott zeitlufe weggeballert okay wir haben herausgefunden uns gegenseitig ein high five zu geben macht uns nicht unbesiegbar aber es verlangsamt zumindest die zeit wie auch immer das möglich ist ja wir tun so episch unsere handflächen gegeneinander schlagen super schallbeeren ausgelöst werden ja guck mal weil ich kann ich habe mein zweiter roh wieder oh gott ich verstehe wenn der eine eine von meinen städte ist der andere kurz unbesiegbar ich glaube wohl zurückgelassen nach oben wieder bin ich bei mir hier nicht also ich dachte dass du wirst zurückgeblieben sexy terrorist okay ok aber kann ich auch hier mit raketen aber es war auch da lang okay schon sagen ich kann so was kann ich davon haben dass sie solchen den jetzt erledigen doch die drecksarbeit machen ja ja war ich okay nur jetzt schon als aus und selbst kaputt also ich hier ich habe ja nichts dagegen wenn alles von selber kaputt geht muss ich nicht machen war kein leben aber wir gehen mal in den untergrund so ein aufzug kaputt gemacht das war ich nicht okay ich wollte ich daraus wird mich daraus das nette war doch nicht über unseren right kaputt die hochschrauber kosten wir gehen nur in die höhe wir sind ja schon unterbezahlt genug man kann nicht unterbezahlter genug sein mega kock da ich glaube wir müssen von dem weg wenn ja ich glaube sie können wir so nicht besiegen wenn wir den besiegen wo bin ich bin ich aber ein aber ein nein keine sorgen kann ich oder wann ja wir können einfach mal außer wir können jetzt kaputt man glaube ich nicht nähe sich nicht so aus aber warte mal glaube ich weiß wie wir ihn besiegen ja mit diesen tanks genau ich wollte dich retten ich wollte dich retten aber ja auch verlaufen das macht da mein geweck hat aber solche dagegen mit dem machen okay ich wollte flexen während der zeitlupe nicht flex während der zeitlupe nein warum ist er was macht er nimmt überhaupt keinen schaden nein ich wollte nicht umdrehen kaputt nein ja 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 ich bin auch tot amerika wir machen ich bin noch am leben okay sieger ist vielleicht blablabla unsere blablabla interessen blablabla gerechte militärische intervention auf geht's okay wird knapp und auf den punkt so mag ich es auch nicht um nicht lange um heißen brei rumreden soll einfach macht einfach kaputt ich weiß nicht da kann sie ein bisschen aus wie jesus ja ich erwerbe heißt die kugel reingeschwungen ja wir beide in die gleiche kugel reingeschwungen ich verstehe wir wollten uns gegenseitig retten oh gott und wundervoll mir gestorben ist jetzt kenne ich das erst mal auf dass du überhaupt lautsprecher dran sind hier sind direkt darunter gesprungen gestorben das hat so das problem von der beiden gruppel soldaten und aus dem jeden fall ist das mieter sind so viele explosionen mann kohlen der pro bärin am job ja auch groß zeiten der herr des brot jans vorkommt okay 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 oh oh schon one boh师 all uns so a nice right starten Was Hellerin, he's on link thing and Ronan Oh, Charlie power You have the power auch weil es hatten für lange ok ok oh gott ich bin auch neben ich habe den checkpoint kaputt gemacht ich habe den checkpoint kaputt machen wir kommen ja durch auch gott folgendes reingegangen meinten mehrfach nicht so eine gute idee ich bin auch neben dem ja ich habe ihn wieder erlebt nein ich war da verstecken aber der ich war es mal im weg was ich mir den weg stellt leben wir sind da sehr keine ahnung wie da passiert ist ja da sind mein kling auf den kopf gefallen das ende ich habe nur die leiter nicht erreicht im patriotisch aber nicht so patriotisch oh gott, oh gott, oh gott nein klaudisch wow der war gut was passiert oh nein was ist passiert ich wollte so einen auf super smash bros man irgendwie so ein angriff benutzt nämlich wieder in die arena rein zu aber fast smash bros bros es ist alles charakter die in den nächsten smash bros steigen ja 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 du mal vor oh ja was wie manchmal aus mir ist ein stein auf den kopf gefallen glaube ich mal durch ja hallo ein neuer charakter ich weiß nicht wo er stammt er hat sie gemacht habe ich habe es einfach getan er ist eine pille aufgesammelt irgendwie ja irgendwie zeit verlangsamen kann dafür sind aber ja ganz am anfang ja hi so allen ripro oder bis dort ja wahrscheinlich sind stein auf dem kopf gefallen ganz mit quadrat oder einspringen jetzt auch schießen schießt mein tank mehr ja bis die welle zu hart geritten mann gott ein toter weiß nicht wie hier irgendwas töten sollte man ja ich weiß jetzt mal im panzer ja aus nein 9 aus muss sein muss ans vater dann denken wo die nennen hat ja gar nicht weiter ich sollte sich mit exklusiven fässern rumspielen ein einzelner schuss das was nicht gewählt präzise angewandt und kalkuliert genau da runter habe ich alles schon erledigt was sehe ich alles tue nein war das ein panzer im fackel ich habe und die hunde auch nein und ein einzelner schuss der war so präzise okay okay Oh Oh aber muss sie noch nicht mal töten ja zerstörung auslöschend 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 locket hier weiß nicht was ist wo ich habe ein jetpack du hast ja hier vollen luxus nein der blöde gab es auch nicht gefallen einfach klatschen doch was wir müssen da kein boden keine ahnung was hast du gemacht wie ist das passiert nicht alles im leben ich habe nichts gesehen wir haben da oben so ein haupt checkpoint gespielt also wie ich wollte eigentlich von unten erlegen dann ist auf mich runtergefallen so jetzt können wir mit den fässern spielen jeder damit ja auch noch ein paar verkehrt ich bin der außerwählte alles kaputt nein das war keine achten scheiße ich glaube ich habe einen besiegt war nein ich kann schon schießen aber auch hallo gesehen wie der ganz langsam runter kommen wird ich dachte ich könnte es schaffen und ich nicht aber ich werfe tut dann auf den verlaufen ich kann auch nicht ich kann ich muss weiter ich krieg das eckertig wo bist du aber wie viele leute ausregnen flex geflext 9 und 10 okay gefahren level ein paar mögen becker und wundern hat man gerade ein paar vögel irgendwie erledigt echt weil ich habe sie gesehen war hier geblieben müssen auch noch frühstücken das hier ist ihre stand machte sie zu amerikanern ja aber das machen wir erst in der nächsten folge dann befreien wir das land in der nächsten folge